hallo und willkommen zurück zu einer neuen folge fortnite ihr wisst was das heißt ein noob im ballerrausch modus wie auch immer season 11 immer noch aktuell ist klar die bleibt noch ein weichen vorneweg muss ich einfach sagen und zwar unter einem video hatte ich mal einen kommentar den habe ich wieder gelöscht weil so was will ich einfach nicht lesen da hat jemand geschrieben als wir zu viert gezockt haben selbst meine schwester nimmt euer squad auseinander weißt du was derjenige der das geschrieben hat ich spreche jetzt dich an fick dich ich spiele wie ich will ich weiß dass ich ein totaler noob bin und da brauchst du mir nicht so eine dreckigen kommentare drunter schreiben ich bin kein sucht die der 24 7 fortnite suchtet der ich muss mal ganz kurz hier weg der nichts anderes in seinem leben erreichen wird außer zocken 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 das mache ich nicht ich habe kinder um die ich mich kümmere die 15 tage im monat bei mir sind und diverses anderes zeug ich habe real life und das besteht nicht nur aus zocken ja und damit hat sich das wenn ich will einfach solche kommentare nicht lesen das ist ja sowas gehört sich einfach nicht ich weiß ich bin anfänger ich bin ein voll nur ich freue mich trotzdem über jeden kill auch wenn es momentan gegen bots ist also mein lieber freund ich bin sowieso ein ganzes stück älter als du von daher würde ich sagen halt die backen still konzentriere dich auf deine schule und damit hat sich so ich will so ein scheiß einfach nicht unter meinen videos lesen dass sowas gehört sich einfach nicht ich schreibe doch auch nicht bei jedem video drunter wo er nach eben nach einer minute nach 10 minuten stürzt du bist voll der vollnub ich nehme dich auseinander bla 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 so was gehört sich nicht so was macht man nicht man muss schon immer ein bisschen anstand haben so jetzt habe ich mich hier ausgelassen und jetzt wären wir ja ein paar spieler killen oder ein paar bots je nachdem ok ich höre hier jemanden so so weiter geht's wo muss man dann überhaupt ach du scheiße immer alles mitnehmen oh 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 ja Icon snipern das beste was es gibt da unten ist die Kiste oh Granaten nehme ich auch dankend an Granaten nehme ich gerne an ähm hier war nichts schade äh nein so und ich habe immer noch nicht alles aufgedeckt yippie gar nicht schön ich brauche noch mehr Munition ein bisschen Zeit haben wir noch ach das selben Sturmgewehr braucht keiner das ist scheiße Battlefield in COD schön und gut aber hier ist das scheiße bin ich ganz ehrlich ich habe mich mittlerweile so ja mittlerweile auf Granaten sogar schon spezialisiert ja ne zu dem Haus rennen wir jetzt mal nicht wir rennen schon nochmal etwas in die Zone und warum ist hier so ein verpümmelter Bürger jeder hat auch schon mal bessere Tage erlebt ein Zeltplatz da pümmelt eine Angel rum hier unten ist noch was oh ja hier haben wir noch ein bisschen was zu looten das ist schön ja Munition nehme ich dankend an daran fällt es mir gerade so ein bisschen da ist eine Muni Kiste ne ich dachte da schwimmt einer ach die haben wir doch schon aber wir haben hier noch was da ist noch ein Haus das können wir auch looten nein da dürfte noch keiner gewesen sein so wie es aussieht ne hier war noch keiner glück für mich Baumaterial immer gut alles klar so da rennen wir mal dort hin oder wir rennen hey wir könnten zu Sorties rennen genau ok ok da pümmeln wir ich rum äh scheiße fast hier waren noch Granaten her damit oh Gott hier wird überall geschossen wo bist du hin Okay, das war der nächste Kill Shit Fuck Scheiße Komm schon Ey, ernsthaft Mist, ich habe nur noch einen Schuss Ich habe die Zone ganz außer Acht gelassen Oh, das werden wir nicht schaffen Ne, das schaffen wir auf keinen Fall Oder vielleicht doch Was war das denn gerade Da hinten wird gefightet Da springt der drittnächste rum Hier ist einer gestorben Aber wisst ihr was, wir überleben das ja eh nicht Scheiße Hey, wir schaffen das Holy, wir haben es geschafft Ah, hier oben höre ich was Okay, ich hab keine Ahnung, wir haben uns und wir haben uns Okay, ich habe es euch Okay, ich habe es euch Ich habe es euch so das war es mit dir ich weiß dass hier hinten irgendwo noch einer sein muss das hört man durch den sniper schuss da hey dude ich bin nicht so schlecht wie du denkst wo ist denn der jetzt hin oh was haben wir denn hier veränden erst mal rein in die zone ja das leben noch acht da hinten rennt noch einer den habe ich ganz genau gesehen der baut sich entweder ein oder hoch yes nice holy scheiße aber sechster geworden das war eine richtig gute runde für mich naja zurück zur lobby also ich muss sagen das war eine gute runde für mich drei kills oder vier sechster platz was will ich mehr jo ich habe euch heute folge gefallen wenn ja lasst einen daumen nach oben da schreibt mir kommentare runter und zwar ein paar ordentliche dann beantworte ich die auch und ich hoffe wir sehen uns im nächsten video